auch nicht zu gewinnen nur den Tod kreis haben wir alle einen killover und er hat 2 er hatte ich bin so cool wie die Handel er macht mich gerade um oder was nicht das trifft mir immer übelst emotional mehr mit ihm in der Nähe die Demo es sei dass sie nun er hat es war das Messer muss dann eben muss müssen seitdem zum Niedermesser jetzt muss er verschossen ja doch interessant was ist interessant warum der hat er gebetet dass ich die Maus geholt hab. Ich? Ne, mein Bild. Ich hab die Maus geholt und dann hat man sich gedreht. Ich bleib mal unten, nicht, dass die von hinten uns... Ah ja, okay, doch nicht. Hä, war das keine Bombe? Doch, doch. Weil da kommen immer noch. Die meisten platzen aber erst ein bisschen danach die Kürze. Ja, okay. Keine Ahnung. Dann kommen die anscheinend nach. Sondern die Nachkömmlinge. Abkömmlinge. Kontinuität ist stärker. Ich mache weiter. Ich mach halt weiter. Genau. Ich will mal die Anfangswaffe Packer punchen. Könnte sein, dass man dann diese Last Stand Waffen kriegt, wie man einem Einzelspieler halt... Hast die, die ähm... Ähm... Irgendwas sonst Fally. Die ähm... 1911. Ja, die mit Granaten schießt. Ja, die mit Granaten schießt dann. Ah, was sagt los? Okay, dann behalte ich die vielleicht. Ich weiß es nicht, aber... Ja, könnte sein. Macht nämlich dasselbe Geräusch, Hunde. Oh, dann bleiben wir noch mal kurz hier, die Hunde, oder? Was? Ich wurde... Hä? Ich würde irgendwo hingehen. Ja, ich würde auch, das war... Wartet. Hä, da kam doch grad ein Hund. Ach so. Lalalala, der Treppe ist. Ich steh im Treppenhaus. Ich bin... Ich steh im Treppenhaus. Ich scheine total am Arsch. Aha. Ach, keiner kommt zu mir durch. Denn ihr fangt sie alle ab. Noch einer, das geht so. Ja, ich spür ihn. Nicht. Er hat mich verfailed. Waren das alle? Nein. Irgendeiner muss ja Munition droppen. Da ist mein Auto. Wartet noch? Ja, ich hab. Ja, okay. Aufnehmen. Ja, mach. Dann mal weiter. Hallo. Mach ich mal den Stein an und dann... Hier ist noch eines! Und dann warten wir noch, oder? Also hier halt. Ja, aber vielleicht hier noch so lange warten wie es geht. Genau, und da bin ich gestorben. Ich hab von hier... Oh. Geil, der erste gleich. Die Granaten geschmissen. Hey, Pistolen-Action mal wieder, ne? Ihr könnt nicht überleben! Stirb, du Monster! Ich bin hinter mir ein bisschen auf. Na, was? Ich bin hinter mir ein bisschen auf. Ja, äh, was? Ja, mach ich. Mach ich schon. Sehr schön. Noch. Da ist irgendwie... Hammer. Nein! Weg! Weg! Oh, ist ausgaben. Ich hab ihn gemessen. Und hat nicht geholfen. Ja, ja, ja. Ich geh jetzt auch zurück. Zurück! Das war aber ein Zombie. Das war aber ein Zombie. Schütz mal bitte. Dazu. Nein! Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ja, ich bin auch im Marsch. Komm hergerufen. Ich bin auf dem Weg. Komm, komm, komm! Durch! Keine Chance! Noch egal! Ja, ohne Kopf läuft und natürlich... Wie viele hast du das denn angesammelt? Oh, die... Komm, na alle zu dir. Hallo, wir müssen zusammenbleiben sonst... Haben wir gleich von zwei Seiten, glaube ich. Ähm, ich bin tot. Ja, aber... Hier liegt man nicht. 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 Nein, das war es auch nicht. Du bist nicht bei der Sache. Warte dir, hinter dir, hinter dir. Naja, ja, ja, ja. Und die Nullität ist stärker. Ich mache weiter. Also, ich habe meine... erfolgreich vernichtet. Nein, wir gehen mal wieder. Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du hast... Vielleicht beide? Nein! Nee, ich nicht noch. Aber ich habe einen, zwei, zwei übrig gelassen. So einen kleinen Krüppel. Also... Wir können ja alles zumachen, was... Ja... Aber irgendwie ist nichts offen. Ach ja, ich habe ja... Ich habe ja den Hammer. Ja, dann töten wir ihn. Warte, warte, warte! Ach, da ist! Vielleicht die Schrott könnte kaufen. Ja, ich repriere hier mal ein bisschen. Hallo, du süße Kleiner. Hm... Bist du putzig. Hm... Ja, ich streichle mein Gesicht. Hm... Ach, hier ist zu. Ja. Nein, ich gebe meine Pistole nicht weg, dieses Mal. Auch wenn wir dann sterben. Hast los. Wir bringen ihn halt um. Ach, soll ich? Ja, ich hoffe nicht. Er ist von Tettel bei mir, ja. Okay. Also ich... Bleib mal hier im Kinoraum. Mach Strom an. Ja, mach mal, äh... Teleporter. Ah, Moment. Kauft ihr bestimmt das Getränk? Mach mal Teleporter an. Ja, natürlich. Ich kaufe mir das Getränk, sonst bin ich weg. Brenn doch! Diese Lamme. Was kostet das denn? 2500. Hm... Kann sie jeder leisten? Wieso? Wieso ist das? Ja, ich will dann noch 1000 übrig haben, um die Pistole zu packen. Ja. Mal sehen, wie es dann kommt. Blau kaufe ich mir auch gleich, dann kann ich schneller wiederbeleben. Weil wir uns nicht einfach mal teleportieren direkt. Jetzt. Ganz nur weg und so. Ja. Okay, los. Los! Na ja, dann kommt mal her. Ja, bin ja schon. Hallo, komm mal her, ein Teleporter. Ah... Ich stehe sozusagen daneben. Wurten! Nein! Haben wir es noch alle geschafft? Ja, ich bin drin. Cool. Können wir Richthofen nicht durch eine heiße Braut ersetzen? Ich fühl mich einsam. Was wen durch eine heiße Braut? Ja, das sind die beiden. Ja, cool. Totenkopfen, nein. Dann muss ich das später unbedingt auch machen. Wenn es nochmal später gibt, sozusagen. Lalalala. Da kommen gleich ein paar. Ja, ja, ja. Wie viele Schuss hast du eigentlich damit? Wie viele wie in dem 1911 verfolgt sind. Okay. Ich habe jetzt noch, äh, 52. Wat? Äh, stirbt doch. Nicht bei der Sache. Ah, ich bin fast... Weg! Hey! Ha, Strom rettet mir den Arsch. Dank vier Zombies. Oh, du hast mich nicht verletzt. Blut. Und Eisen. Nicht gut. Äh, für vier Zombies habe ich den Strom angemacht. Also die... Colt zu Packer Punchen ist irgendwie gut. Okay. Wow, wie viele kommen denn hier, so Krabbelviecher? Ja. Äh, ein paar. Dann muss ich Punkte sammeln. Bei mir ist kein Einziger. Ach, nix. Wo gibt's eigentlich das Grüne? Ach, das Grüne gibt's an dem... Ja. Welches? Was tut'n das? Schneller nachladen kannst du damit. Ah, okay. Ist ziemlich praktisch. Doppelfeuer. Ist auch gut. Wie viel kostet na... Oh, 3500, oder? Nein, 3000. Kauf ich. Dann sollten ihr... Ah. Nicht offen! Legen Sie das sauernd aus weg, Mann! Ich treff natürlich mal gar nichts. Ich genauso. Also, ich laufe wieder meine Runde hier. Boah. Sie hatten was gegen meine Runde. Drei Schatten schießen. Eins und schlechte Situation. Ja. Niemals. Ich töte dich. Oh. Ich glaub da haben wir eine Mutation. Also ihr lebt noch. Da sind wir noch. Noch? Bei mir sind... hinter dir. Alle... fast tot. Fast. Fast. Nur das wird immer mehr. Fast das noch kein Gemmaß. Mit Jogginhoff, das ist alles ein Englisches. Oh, einen Schuss hab ich noch mit dem Ding. Nein, ich bin tot. Ja. Dann mal bisschen zu seinem Haar. Bisschen zu seinem Haar. Dann mal. was er hinter dir beallt euch Munition verdammt jetzt wusste ich mir jetzt mal Munition kaufen leider ich habe noch 7 mal noch Pistole und Pitten Prozent Naja ich gehe einfach mal zu euch aber uns seid ihr eigentlich das ist nicht so gut was seid ihr eigentlich gewesen versuchte zu helfen vielleicht noch Prozent ja vergiss es äh mein schönes Getränk wieder verloren Mensch ich bin wieder Kinoraum komm ich komm da auch mal hin warum bin ich wieder alleine na Pro ich komme auch mal zum Kinoraum ach Teleporter aber ich habe mal angemacht Mainz ich habe um ich habe nur schöner tun ihr habt noch die roten Trank oder ja ich hab gut ja ich kann mich nicht leisten wenn es nicht so gut ist in der Handel an der Seite ja ich bin noch ein bisschen weil ein paar zu müssen heißt ich brauche dringend Hilfe weil ich ja dann sonst sofort sterbe ja wo bist du vom Teleporter ah da ist 2.500 kann ja nicht so schwer sein oder doch nein wo seid ihr jetzt schon wieder ach da ich spreche schon ein bisschen gut okay jetzt nicht mehr Mann ich brauche nicht mehr für viele aber ich will natürlich nicht sterben ich weiß gar nicht wie man ohne den Tank überleben kann ja naja irgendwie konnte ich nicht mehr laufen wahrscheinlich mal hinter mir wieder naja ah hinter dir ja und die Europäer kann das naja ha 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 ist er der Tod kommen keine, ja bin bei Leckung, Dette äh ich leck' gerade die Übe zu Sachen das hatte ich gerade Ja!